Spendet Weil ich möchte heute eigentlich Trophäenpush Aber wenn ihr alle unbedingt ein Turnier wollt Und ein Zuschauer so nett ist und das Übernimmt Dann können wir das machen Schlimmer kann doch ein Stream nicht losgehen Gegen das Hovermu Deck Maxed Out Maxed Out Hovermu Ist mein Turm Ja gut die Valkyrie Level 11 Die macht so einen ganz leichten Schaden Toll Ja der Turm ist dann auch schon down Dafür haben wir 2 Elixierpumpen ist jetzt nur die Frage Ob sich das lohnt Wenn die Karten 2 Level höher sind Das ist schon ein bisschen schwierig Da gut zu spielen Ja die Elixierpumpen ist auch schon down Ich glaube meine Prinzessin stirbt sogar noch Ne okay Achso er kann Ja okay er kann meine Prinzessin Einfach mit einem Zap killen Tolle Sache Klasse Ist doch schön Ist das schönste erste Spiel Ist doch ganz Ganz entspannt hier Na der Minipicker geht wieder auf die Falsche Seite Ich hätte ihn jetzt gerne hinter der Valkyrie gehabt Aber So einfach geht es anscheinend nicht Er kann mit einem Zap einfach meine Prinzessin töten Das ist total broken Dafür scheint aber jetzt hier gleich sein rechter Turm zu fallen Das war dann wieder ganz okay Dieser Spielzug Super Er hat auch noch einen Riesen dabei Was machen wir da Kann jemand mal den Riesen töten? Nö Der ist einfach Level 11 Und den kriegt man gar nicht tot Super Wir prädigten mal irgendwas Kommt da was? Nö Oh ist aber eine große Offensive auf der Linken Seite Verdeckt man eine Valkyrie? Okay kam nichts Gebäude eingesetzt Damit der da nicht durchkommt Was? Was? Der Gegner hat sich Voll Der Gegner hat mich vollkommen unterschätzt Und sich selber überschätzt Meine Fresse hat der Scheiße gespielt am Ende Weil er sich hundertprozentig sicher war Dass er das gewinnt Er hat ganz dumm seine Riesen losgeschickt Ganz dumme Ähm Eismagier eingesetzt Und alles mögliche Also der hat jetzt hier echt zum Schluss Richtig schlecht Gespielt Ich habe einfach so gespielt wie immer Und es hat Gereicht Ja mein King Tower hat noch 360 HP Ihr könnt es nur sehen 3 zu 1 Sieg Ja 3 crowned Ja hätte der Gegner ernst gespielt Hätte er natürlich gewonnen Aber Wenn er uns nicht ernst nimmt Ne Dann Verliert er Und wir kriegen fast 40 Trophäen für den Sieg Sind jetzt schon bei 3900 Das ist wie gesagt Ein Rekord Bisher Also Es ist nicht mal ein absoluter Trophäenrekord Aber die Saison Geht noch anderthalb Tage Und umso später die Saison ist Desto leichter bekommt man Trophäen Und wenn wir jetzt schon 3900 haben Dann ist das Keine schlechte Sache Wir starten das nächste Game Untertitelung des ZDF 1